Alter, die Spornens werden doch immer beschissen nachher. Hier vorne ist auch wieder, können auch wieder was spornen. So, jetzt kommt die Spornen, die Spornen und die Spornen. oh da haben sie sich das ist unsere chance Ball erschreckt mich doch mal an die Zähne ich bin Was? Der musste sich killen, der hat aufnicht gezielt. Der Schweinehund. Der hat sich nicht ausgelacht. Mit seiner Bommelmütze. Der werfen. Der Herr in der Luft ist verletzend. Der schwitzt. Dramatische Bommel. Das ist auch so extrem. Was? Ich bin hier auf so einem Klo gelandet. Ich bin hier auf so einem Klo gelandet. Ach da, trinkst du gerade was? Ich bin hier auf so einem Klo gelandet. Was? Guten Morgen, Allsangsverein. Was war das? Das Gäv? Den habe ich ja gar nicht gehört. Er kam tollspreis die Treppe hochgelatscht. Ah, die Wildkram. So, wir müssen runterstürmen. In der Luftpiste nix her. Hier habe ich keinen Toten. Okay, das war sehr gut. Okay. Okay. Los, Loot. Okay. 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 Da war der draußen große Ballerei und jetzt? Oh, hier hinten habe ich was gehört. Was? Wohin? Hier wo ich bin, in den Fressregalen. Okay. 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 Aber ein Goldhättchen. Sam, ist das bei dir? Ja. Ist der tot? Einer, ja. Sind das mehr? Ja. Würde ich sagen, dachte ich. Ich bin jetzt hinter dir. Okay, hab ich. Alle zwei. Nice. Du kommst? Ja, ja, ich komm. Puh. Was haben wir denn Schönes? Wer hat das geschrieben? Ja. Ja. Sie waren fressgeil. Sie haben ja die reinste Fressurke hier veranstaltet. Ohne Witz, nur voller Fressen. Ich bin auch nur mit Essen voll jetzt. Wo müssen wir den denn aus? Wieder immer kommen. Kann man sich gönnen. Alter, jetzt sind wir wieder gut. Die Waffe schlägt ja auf. Als gibt es keinen Morgen. Mhm. 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 Okay. Mhm. 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 Kannst du dich noch laden, wenn du möchtest? Ey, wie viele 1 vs. Duos ich jetzt in diesem Wein schon gemacht habe? Das ist doch der Wahnsinn. Also, es ist der Junge schon erstmal eine Weile ausgesorgt. Wo denn? Wenn der hier war weg. Da sieht Angst aus. Nein, halt weg. Nö, ich will den umbringen. Ich will den umbringen. Er war ganz ziemlich weit vorne. Ja. Was heißt vorne? Ja, geradeaus. So. Linke Seite. Vorne bei dem Zelt und rechts. Du läufst eigentlich ziemlich stark zu. Jetzt rechts rum. Rechts rum. Muss da auch mal rechts sein eigentlich. Mit seinem Moped-Helm. Moped-Helm? Dordens Teil nur drei. Habe ich den schon? Brauchen wir den? Nein. Aber noch einer gequengelt. Bist du bei mir schon wieder? Nee. Oh, ich bin tot. Warum? Was ist denn bei dir immer los, Alter? Warum bist du jetzt schon wieder tot? Ja, weil er ein Spieler kam. Na dann erschieß ihn doch. Wenn er mir Head-Eis instant gibt, also, keine Ahnung. Vor allen Dingen, er steht mit dem Rücken zu mir, dreht sich um und gibt mir Instant Head-Eis. Also, sorry. Was soll ich da noch machen? Ihn erschießen, wenn er mit dem Rücken zu dir steht? Scheiße, ich habe schon gar weg. Was? Was soll ich das jetzt? Was soll ich aus? Das war's für heute. Uhrensohn. Oje, da hat die S4. Okay. Da hat mein Rucksack geklaut. Da, wo die Wachengeste lag, es steht. Das glaube ich nicht. Der wird mich geludet haben und wird abseihen, nehme ich an. Frohe seines Lebens, einen umgebracht. Ach, die Gerne. Was? 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 Was ist denn da hin? Was? 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 jetzt geschafft irgendwas habe ich abgeschlossen ich habe doch nicht die ganzen skets erschossen die erschießen sollte kann ich mir gar nicht vorstellen 25 sind das glaube ich kann 25 ja eigentlich so 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 Magazin, ich kann mitgenommen, naja. Oh, Panaden. So, ich mache mich jetzt Richtung Ausgang. Äh, wo bin ich denn hin gerannt? Wo liegt denn dein elender Katano? Oh, da kommen wir mitten in der Halle. Ach so. So, das kann weg. So. Da oben ist 303, ach, ich glaube das ist nichts. Und da, wo das Feuerzeug gut steht, haben wir ja schon gemacht. 10, 15 KW hat oder so. Vorne wurde noch geschossen. Oh, San Luma. Hier liegt dein heutiger Katano. Ne, das bist du gar nicht was, gell? Oh, da ist eine Gaskanne. Die Gaskanne. Die Gasflasche meine ich. Ja. Haha. Ja. Haha. Haha. Geil. Haha. Geil. Haha. Ich denke jetzt, was hab ich denn jetzt gesehen? Haha. 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 Ah, geil. Oh, schon wieder 50 Kilo. Oh, schon wieder 50 Kilo. Hm, ja. Hier schimmelt jemand ganz dran, hier in der Gegend hier. Nein, mein Licht. Mein Licht. komm mal nicht hoch zu fett gut ich bin draußen ja was für ein geiler Rage schon wieder siehst du ich wollte ja mal gucken ob ich die Quest geschafft hab jetzt aber es waren doch noch so viele Skeps eigentlich die ich erschießen musste das kann doch gar nicht sein ich glaube 16 Skeps Alter was waren das für eine Quest jetzt siehst du 11 9 habe ich erschossen und 2 Spiegel 1 1 1 1 1 1